Hallo, willkommen bei barrierefrei1.de. Wir sind in Kirchheim Unterteck und ein ganz großes Thema bei Host Mobility ist natürlich die Software und Updates. Aufgrund vom letzten Film haben ganz viele gefragt, ja Olli, habe ich das neueste Update schon drauf? Wann wird das aufgespielt? Woran erkenne ich das? Weil wir machen jetzt ganz viele Filme über das neue Update und über die Updates, die da kommen mit dem Mehrwert. Und jetzt haben wir uns etwas ganz Tolles ausgedacht in Österreich, nämlich es muss nicht über die App geschaut werden oder angerufen werden. Automatisch, wenn ihr euren Host ladet, ladet in der Nacht oder am Tag, spielt keine Rolle, versucht ihr sich einzuwählen und dieses Update aufzuspielen. Also ihr braucht nichts mehr selber machen, einfach das Gerät anstecken ans Ladegerät und dieses Update dauert in der Regel nicht länger als 2 bis 5 Minuten. Nur zu beachten, wenn ihr das Symbol seht in eurem Display-Joystick, das Zahnrad-Symbol, dann wird das Update aufgeladen in dem Moment, wo ihr schaut. Da bitte nicht vom Strom nehmen das Gerät, einfach weiterladen, die paar Minuten, es dauert dann nicht lange. Sollte es doch passieren, auch nicht schlimm, ist eben der Ladevorgang abgebrochen, damit auch das Update unterbrochen. Und er versucht sich beim nächsten Mal Lade wieder einzuwählen und versucht dann das Update komplett aufzuspielen. Es gibt kein Teil-Update, sondern nur das ganze Update. Diese Information wollten wir euch nur geschwind mal rausbringen. Jetzt ganz wichtig, Kanal abonniere, das Wetter wird seit einer Woche endlich mal wieder ein bisschen besser. Und da hoffe ich, dass ich euch diese ganzen Updates, diese Sensationen auch wirklich hier live zeigen kann mit dem Willi. Wirklich im praktischen Betrieb, was da wirklich an tolle Innovationen wieder hier in den Haus eingeflossen sind. Und natürlich diese ganzen Updates für euch kostenlos. Bis bald, Kanal abonniere, dann wisst ihr, was gibt es Neues an Updates, was gibt es Neues auf dem Rollstuhlmarkt. Bis bald, euer Olli und Willi. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss.